Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem winzig kleinen Info-Video. Die Infos in diesem Video beschränken sich allerdings nur auf die visuellen Eindrücke, die ihr hier seht. Und zwar folgendes. Der gute Mike Goldz, einer der Entwickler oder eigentlich auch der Entwicklername schlechthin vom Entwicklerstudio TSG, Trains in Germany, hat kommentarlos zwei Bilder gepostet, zwei Screenshots gepostet von der Baureihe 232, von der Ludmilla. Und die gucken wir uns mal ein bisschen genauer an und dann können wir nochmal darüber sprechen, was das Ganze bedeutet. Er hat nichts weiteres dazu geschrieben, sondern einfach nur, wobei doch er hat was dazu geschrieben, nämlich Still WIP, also Work in Progress. Das heißt also immer noch nicht fertig. Wir schauen uns den ersten Screenshot an und sehen, ja, Ludmilla 3D-Modell sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön aus. Das ist halt natürlich noch nicht fertig. Man sieht zum Beispiel hier die Nummerierung und das Ganze, das alles, das passt noch nicht so ganz. So richtig fertig texturiert ist das Ganze auch nicht. Also der ganze Ruß, die ganzen Abgase und so weiter, die ganzen Verdreckungen, das fehlt alles noch. Aber das ist ja wie gesagt alles nur Work in Progress. Man sieht schon hier den Führerstand, dass der schon ein bisschen fortgeschritten ist. So ganz leicht kann man auch in den Maschinenraum hinein lunsen. Also da ist auf jeden Fall irgendwas dahinter. Bin mal gespannt, ob man tatsächlich in den Maschinenraum reingucken kann oder sogar vielleicht durchgehen kann. Bei der 2.18 konnte man das ja leider nicht. Aber wer weiß, vielleicht wird das ja bei der 2.32 klappen. Ja, aber ansonsten die Ludmilla, die Baureihe 232 sieht auf jeden Fall schon ziemlich cool aus. Also bisher finde ich sehr gut umgesetzt, das was man bisher sehen kann. Ich zeige euch mal direkt den zweiten Screenshot hinterher. Hier mal aus dem Führerstand, hier so richtig schön mit diesem Fahrtisch, so oldschool, als hätte das jemand einfach da so draufgepackt. Noch sieht das alles hier sehr steril aus. Also das sieht jetzt nicht so aus, das sieht so ein bisschen so aus, als sei es jetzt frisch vom Werk. Das wird natürlich ingame nicht der Fall sein. Also lasst euch davon jetzt nicht groß verwirren. Das ist alles noch Work in Progress. Aber soweit ist es alles wieder erkennbar, was da halt eben ist. Dieser Fahrtisch mit dem Fahrstufenschalter, mit den ganzen Knöpfen hier unten, mit diesen ganzen Kippschaltern. Und ich glaube, die PZB ist dann hier oben rechts. Ja, die Fenster, die Sonnenblenden. Sieht auf jeden Fall cool aus, gefällt mir sehr. Und vielleicht können wir noch mal kurz einen Augenblick darüber reden, was das Ganze heißen soll. Beziehungsweise wann die Log vielleicht releasen könnte. Ich will gar nicht so sehr groß in Spekulationen abdriften und sagen, die wird dann und dann und dann erscheinen. Ich glaube, das Ganze wird noch ein bisschen dauern. Ehrlicherweise, also 2024 definitiv nicht. Da bin ich mir zu 100% sicher. Ich hoffe doch sehr, irgendwann auf 2025, vielleicht so Mitte 2025, kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht, vielleicht ein Release-Zeitfenster sein könnte. Wenn man immerhin sieht, das 3D-Modell scheint ja so weit schon mal relativ weit fortgeschritten zu sein. Wie das Ganze jetzt ist, ob die Log schon fahrbar ist, ob sie schon Sounds hat, wie gut die Sounds sind. Ob da irgendwelche Güterwagen mitgeliefert werden oder nicht. Das ist alles noch nicht so ganz klar. Ich denke mal, da wird aber auf jeden Fall ein Güterwagen mit dabei sein. Also bei TSG, denen würde ich das auf jeden Fall zutrauen, dass da noch ein bisschen mehr mit dazu kommt. Und ja, aber wir sehen, es ist ein Lebenszeichen. Die Log ist nach wie vor Work in Progress, weil ja immer wieder Leute gesagt haben, weil sie nicht auf der Roadmap ist, hätte TSG das Projekt abgeschrieben. Das ist nicht der Fall. Sie lebt noch, sie ist nach wie vor in Arbeit und braucht aber noch ein bisschen mehr Zeit. Und falls irgendjemand sagt, wir warten jetzt schon seit weiß ich wie vielen Jahren und die wurde schon zur TSG 2 angekündigt und so bla bla bla. Ja, das mag zwar alles gut sein, aber ganz ehrlich, wenn es halt mehr Zeit braucht, bis die Log in einem Zustand ist, der releasefähig ist, dann ist das meines Erachtens vollkommen legitim. Dann sollte TSG auf gar keinen Fall sich in irgendeiner Form abhetzen und sagen, nee, jetzt muss ich sie unbedingt vom Tisch haben und raus mit der Log. Wir haben gesehen, was passiert, wenn das ein Entwicklerstudio so macht, siehe Baureihe 187 von Skyhook Games. Also ich würde halt nicht wollen, dass die 232 dann am Ende Sounds hat von, weiß ich nicht, der Foslo G6 oder so und sich so fahren lässt wie ein ICE. Das würde ich sowieso TSG nicht zutrauen, weil meines Erachtens TSG für, ja, schon eigentlich für Qualität steht, ein ordentliches Qualitätssiegel eigentlich ist. Also um vielleicht einfach nur mal kurz den Wind aus den Segeln derjenigen zu nehmen, die die ganze Zeit sagen, es dauert schon so lange und wann kommt sie denn endlich mal? Naja, sie kommt halt, wenn sie fertig ist. Ist zwar ein bisschen harsch, so ist das eigentlich nicht von mir gemeint. Ich will das jetzt auch gar nicht so zynisch formuliert wissen. Es ist halt nur ein Argument, das immer und immer mal wieder in der Community auftaucht. Und es hat aber meines Erachtens keinen Sinn, weil wenn sie halt in einem schlechten Zustand erscheint, dann wird sich jeder darüber beschweren, wie kann es denn, dass TSG sowas gemacht hat. Ach Mensch, jetzt haben wir so eine ganz schlechte 232 im Spiel und werden niemals mehr eine gute bekommen. Ja, also muss man dann selbst wissen, ob man dann lieber schnell etwas haben möchte in einer schlechten Qualität oder halt eben doch noch mal etwas länger darauf warten möchte, was ja vollkommen fein ist. Und dafür vielleicht in einer höheren Qualität. Bis dahin gibt es sicherlich noch die ein oder anderen weiteren neuen Strecken und Fahrzeuge. Die TSG-Strecke, die ja im Bau ist, ist ja auch nach wie vor, ja, Work in Progress und wird ja auch relativ bald vermutlich erscheinen, laut der Roadmap. Aber da wird vielleicht die nächste Roadmap noch ein bisschen mehr dazu sagen, zu der TSG-Strecke und vielleicht aber auch zur 232. Vielleicht steht da ja auch noch mal ein Satz dazu, wie es aktuell da aussieht. Und vielleicht noch die letzte Frage, ob die 232 als Fahrzeug mitgeliefert wird für die TSG-Strecke. Ich glaube das nicht. Also einfach nur so mein persönliches Bauchgefühl. Es kann natürlich sein, also ich habe keine Beweise für das eine oder für das andere. Natürlich kann das sein, dass die 232 am Ende einfach Teil dieser Strecke sein wird, die TSG gerade baut und dort da einfach mitgeliefert wird. Ich glaube aber, es wird weiterhin bei einem LOG-DLC bleiben. Zumindest wurde es ja so ursprünglich angekündigt und daher denke ich, bleibt es dabei. Für welche Strecke ist noch unklar. Vielleicht für eine Strecke, die wir bisher noch gar nicht kennen. Vielleicht für, ja ursprünglich wurde sie glaube ich für Rosic Nord mal angekündigt, aber ich glaube ehrlicherweise nicht, dass sie für Rosic Nord erscheinen wird. Aber mal schauen. Das ist jetzt alles der Bereich der Spekulationen. Okay, das war es dann auch schon wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut und tschüssi.